Es mag düster aussehen, aber wir sind die einzige Hoffnung der Erde. Ich mein, schaut euch um. Alles, was ihr geliebt habt, ist futsch. Gute Unterhaltung? Futsch. Kuchen? Futsch. Verkaufsfördernde Markenartikel? Coffee to go. Videospiele? Alles futsch. Und als wäre das nicht genug, sind auch Welpen. Nicht die Welpen. Es wird Zeit, stärkere Geschütze aufzufahren. Das war eine Metapher, also schnappt euch ja Werkzeug, denn wenn wir untergehen, dann wenigstens kämpfend. Für die Tiere, für die Kinder. Ich mag Kinder. Dafür, dass Bedürftige was zu essen haben und vor allem für die Welpen. Mama will nicht, dass du spendest. Respektiere meine Meinung, sie ist zurecht. Ein bisschen misstrauisch oder hat Angst, dass diese YouTube-Nazi manipuliert hat. Keine Angst, in die Spätten geht. Oh mein Gott, wie nice ist das? Darum scheint euch eine Spätten los. Das war eine Spätten los.